Ich bin enttäuscht ich bin mehr als Odin Konnte ich noch mehr von ihnen draw'n? Kann ich noch mehr von ihnen draw'n? Wieso hab' ich Odin nicht bekommen? Oh, war traurig Was ist das denn? Hätte ich ihn draw'n müssen? War ja Schwachsinn, oder? Ich fand ja eh schon Schwachsinn für Site Limit, weil es keine logische Erklärung für Site Limit gab Ich komm noch nicht lang Na geil, einmal hier rum, okay Ich will Odin haben Ich hätte auch schon einen perfekten Namen für ihn Ich will Odin haben Man sieht sich Warum hab' ich ihn nicht? Ich hab' ihn Bastard genannt Weil ein Bastard ich will mich so unter Zeitung zu schicken Ich kann mir zu schicken das berthium mit autos schraube das hat mich hier machen mein hund schuppe ich möchte jetzt nicht mal speichern weil ich mir nicht sicher wäre ob ich noch mal bekommen könnte darum mache ich ganz schlau ich spreche nur bei platz 1 ich muss erst mal googeln überhaupt ob ich hätte noch was wollen müssen um ihn zu bekommen so erst mal ein bisschen auskundschaften hier aber ist das blau ist das blau ist auf dem boden gericht gefunden 2d grafis aber war das ein bug das polen nicht angreift oder wo sollte er nicht angreifen der war ja ein bisschen leben sei jetzt mal so bis auf den zeitdruck such ich weiß aber immer noch nicht wo ich direkt hin soll oder hin müsste oder könnte darauf kann ich ja auch nicht ich muss ja wirklich auf damit so rum kann auch langweilig ist das denn 10.000 stunden später ich denke ich hierauf komme ich darüber wo ich ja irgendwie rüber nicht durch nicht nase jetzt mehr krankheit ob sache den pia knopf nicht loslassen auf der karte sieht zum beispiel so aus dass man durchschwimmen ich kann karten lesen glaube ich danke ich habe keine ahnung wo ich hin muss ich freue mich was da nicht mal wo der ballamt garten ist das ist ein kaktus gewesen ich komme auf jeden fall hier schon mal rauf ich komme auf jeden fall hier schon mal rauf nein das gibt es noch nicht ich könnte hier wahrscheinlich zu fuß weiter gehen aber wer will das schon was ich wenigstens durch die fans wie ich tschüss okay 4.000 halten finde ich nice ich weiß echt nicht wo ich hin muss ich glaube da so rauf komme ich auch nicht dass ich den kaktus irgendwie jagen könnte leider nein der garden ist hier auch nicht in der nähe das ist einfach tote landschaft was will ich hier ich habe vergessen hä ich hab null monster drin was was so hä hat der gerade eine pyramide weggeschleppt hä hä was war das denn was war das denn ich habe vergessen wo ich mein flugschiff hatte da bei den felsen auf jeden fall bei den felsen da ich habe loop was hat das denn für ein geiles easter egg alter ja 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 hast du das gesehen gerade ich habe ein raumschiff verloren wie kann man ein raumschiff verlieren ich habe es einfach so verlegt ja ja was war das andere wusste ich wollte gucken ob du aufpasst kann ich die karte nicht groß machen oder sowas da auf jeden fall nicht ja das habe ich auch fast gedacht wegen am wald bin ich nicht vorbeigelaufen ich will die karte groß machen schlau irgendwo bei felsen ich bin gerade komplett los eigentlich müsste es doch da hinten sein also hier genau hier kam ich durch so warte hier so eine ganze kleine nische da kam ich durch und jetzt war mein raumschiff bei irgend so einer anderen ganz kleinen löschen entweder hier oder unten richtig etwas ja manche hier Ah! Nice, Mann. Gameplay, das entgeistet. Ich weiß halt immer noch nicht, wo ich hin muss, aber ich weiß zum Beispiel nicht, warum ich Odi nicht bekommen habe. So. Eislandschaft ist, glaube ich, gar nicht so geil. Da stimme ich einfach mal rum. Oder rein. Das ist auch komplett falsch, was ich hier mache. Jo. Aber ich habe selber gemerkt. Und immer weiter geht, Heide. So. Aber. Ich muss zu diesen, immer zu diesen komischen Trabia-Garden. Was? Eine Nachricht wurde zurückgehalten, wegen identitätsverletzend? Ja. Auf jede. Hä? Was ist das für ein Schwachsinn, Alter? Erlauben. So. Ich habe deine Nachricht mal erlaubt, ja? Gar keinen, wo der ist. Ja, ich leide auch nicht. Obwohl ich da eigentlich schon mal war, im Game. Glaub ich. Also ich habe selbst mein Raumschiff verloren, deswegen, mein Gespür ist halt echt. Du bist identitätsverletzend, ja. Ich habe es dir immer gesagt, aber du wolltest mir nie glauben. Ey. Wenn man hier so eine Nische hinzaubert, ne? Dann kann man doch eh wie so einen Strand machen, wo man hochkommt. Ich verstehe das nicht. Ja, bitte. Ja, bitte. Da ist so ganz komisch, so Trabéagarden, glaube ich. Du bist ja letztendlich nicht. Ich würde gerne sagen, ich verletze nie welche, aber... Wie wir alle wissen, dass das gelogen ist. Alle. Trabéagarden. Ganz komisch. Glaub ich. Oh, Trabéagarden. Traa oder Trabéagarden. Das gibt es nicht. Du musst auch bald schlafen. Doofnuss. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Alter, was ist das für ein Waldgebiet? Kann ich hier parken? Ich kann im Wald nicht landen. Das könnte hier noch gefährlich werden. Ich bin drauf, kann aber nichts machen, weil ich nicht landen kann. Was ist denn das für ein Bullshit? Oh, warte. Wenn ich hier so rauf kann, dann könnte ich doch eigentlich auch hier rauf, oder? Natürlich nimmt er das nicht an. Ey, ich werde verrückt. So. Erstmal eine Runde weitergehen. Ich will doch nur auf diese Insel rauf. Ich will auch sagen, ob er auch mal nicht landen kann. Bestimmt so eine komische Nische, wo Shibia nichts machen kann. Ach. Das ist ja nicht so. Der Travia-Continent? Keine Ahnung. Warte. Ich muss halt erst drauf stehen Ja komm Wenn ich hier drauf stehe Kann ich, äh, es steht ja meistens, ob das Trabia Kontinent ist Ich muss halt hier aber nur rauf Och Mann, was machst du denn? Achso, warte Das bricht doch wieder nichts Ach, Leute Sie sagten schon damals, dass mein nicht vorhandener Orientierungssinn mir irgendwann in die Quere kommen wird Ich wollte es nicht wahrhaben Gibt es nicht online, die so eine Karte mit Trabia Kontinent und sowas Was ist das? Ach, die Brücke wieder Ich komme nicht durch die Brücke durch Boah, belastend Ich muss jetzt wirklich Die ganzen Inseln umschwimmen Nie ohne Wo Eis ist Da wo Eis ist? Alles klar Dann war es genau die Insel gerade, wo ich rauf wollte Und dann im Norden des Kontinents Alles klar Ich müsste jetzt nur noch einmal kurz um diese Brücke rum Geht's rauf da Ich bin nicht rum Ist der Trabia Garden Okay So, ich muss jetzt nur mal kurz um diese bescheidene Brücke rum So, und da muss ich jetzt nur irgendwie rauf Ja, zum Glück gibt's echt Google Vor allem, weil ich spiele auch schon wo alt ist Hier, ich kann ja nicht rauf Es gibt an, auf der gesamten Insel nur ein, zwei Stellen, wo ich rauf gehen kann Ey, das ist so Spaß Ja, gut Das war's denn wohl Moin Moin, du schon wieder hier Hast du endlich Feierabend? Ich geh da hinten rauf Ich geh da hinten rauf Vielleicht ist hier der Trabia Garden Gleicher Nice Ich bin bereit Ich mach nur so lange, bis du fertig bist Und wenn du in der gewinne Runde Zu gehen Zu gehen So, ich muss jetzt nur so einen scheiß grad noch finden Family Friendly Der Kanal hier Da geht's nicht weiter Ich geh zurück Was war das denn? Die instrumente spielen verrückt Wow Alter wo die eislerschaft ist. Ich bin auch bei der eislandschaft Oder ist das hier Ist ja schon da. Ja Geschafft ich weiß wer ist da danke 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 gott und danke dir das sieht übel aus Ist was Haben wir es gefunden wir haben es gefunden ein volltreffer Verdammte scheiße Ich geh jetzt rein wäre auch schlimm wenn du jetzt umdrehen willst Dann hätte nicht jeder hier gekillt Sei vorsichtig Ich Äh ich Äh ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020